Die Preise werden ebenfalls übergeben von Andreas Wenger und Hausi Biegler. Er präpariert die Medaillen, dass sie richtig übergeben werden. Auf dem dritten Playesplatz Simon Luca Wolf von Malvenosta aus Italien, aus dem von Bozen. Auf dem zweiten Platz Reto Mechler aus Talwil und auf dem ersten Platz Calum Kamp aus Lesin. Auf dem vierten Platz Emmerich Gorte aus Schablen. Fünfter Platz Janneke Ekster aus Totsdam. Sechster Platz Andri Moser von Stetten. Siebten Platz Lian von Gröningen aus Schönried. Achter Platz Federico Toscano aus San Bernardino. Neunter Platz Patrick von Siebenthal aus Zahnen. Und zeunter Platz Mischa Meier aus Nartes. A la quatrième Platz de cette catégorie Garçons 2000 ans, nous trouvons Emmerich Gorte du Schablen. Cinquième pour Yannick Oikster de Gosau. Sixième pour Andri Moser de Pondstetten. Septième, Liam von Grunigen de Schönried. Huitième, Federico Toscano de San Bernardino. Et deuxième, Patrick Funtimental de Stahnen. Et qui prend la deuxième place, Mischa Meier de Nartes. Bravo Calum ! Die nächste Kategorie Männchen und Schnaben Jahrgang 2000. Die Preise werden übergeben von Nadia Stieger auf die mehrfache Weltcup-Siegerin. Nach einer besseren Erinnerung, schade hat sie aufgehört. Hat uns viel Spass gemacht. Grosse Applaus für Nadia Stieger. Auf dem dritten Platz Melanie Michel, ebenfalls aus Davos. Auf dem dritten Platz Emma Nicole aus Zemachter. Und Siegerin Norinna Bonser aus Schachme. Wooo ! Wow 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 !